Sie suchen eine PR-Agentur, die Sie professionell bei allen Erfolgen, aber auch durch schwierige Zeiten begleitet? Sie suchen eine PR-Agentur, die Dynamik und Erfahrung vereint und Unternehmen, Marken und Produkte gleichermaßen erfolgreich in der Öffentlichkeit platziert? Sie suchen eine PR-Agentur, die für internationale Marken genauso gerne arbeitet wie für regionale und nationale Unternehmen? Dann sind Sie hier richtig! Hallo, ich bin Andi Wörz. Ich darf Ihnen heute eine der leistungsstärksten und erfolgreichsten PR-Agenturen Österreichs vorstellen. Reichel & Partner Public Relations wurde 2001 gemeinsam von Rainer Reichel und Michael Obermeier gegründet. Heute hat sich Reichel & Partner Public Relations längst einen Namen für ihr breites Fachwissen und die große Erfahrung in allen Bereichen der PR-Arbeit gemacht. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von ganzheitlichen PR-Strategien sowie auf Marken-PR. Dabei werden alle Disziplinen bedient, von Corporate und Produkt-PR, über Corporate Social Responsibility und Krisen-PR bis hin zu Lifestyle-PR. Neben der klassischen PR-Arbeit beschäftigt sie sich auch mit den Themen der Online-PR sowie mit der Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Netzwerken. Schon frühzeitig wurden die Entwicklungen in der Kommunikation antizipiert und das Unternehmen strategisch neu ausgerichtet. Als Teil der Reichel & Partner Communications Group hat sie direkte Schnittstellen zu den hochspezialisierten Units für digitale Kommunikation, Social Media, digitale und analoge Mediaplanung, Eventmarketing und Werbung. Das Ergebnis ist eine PR-Agentur mit einem einzigartigen, ganzheitlichen Leistungsspektrum, das individuell an die jeweiligen Kunden angepasst werden kann. Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Michael Obermeier. Reichel & Partner Public Relations ist eine unabhängige Unit der Reichel & Partner Communications Group. Zu den Kunden zählen viele internationale, nationale, aber auch regionale Unternehmungen aus den Bereichen Consumer Goods, Fast Moving Consumer Goods, Services, Business to Business und Corporate Social Responsibility. Mit ihrer einzigartigen Struktur ist diese Agentur groß genug für komplexe Aufgaben und klein genug für eine individuelle und persönliche Betreuung. Es ist so, ich tue Gutes, ich rede auch darüber und ich bin auf jedem Event. Naja, die Medien schreiben halt wenig über mich.